Was möchtest du denn über Tina wissen? Dass die alle und jeden gegeneinander ausspielt? Dass die die hinterhältigste... Boah... Ach, schlimm. Einfach nur schlimm. Oder wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ja, da habt ihr... Was meinst du denn mit... Wie sieht's bei Hammer aus? Weißt du, warum mir das scheißegal ist? Weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Dünne, du bist eine Drecksfotze. Eine Drecksfotze. Ich hab sie genauso bezeichnet. Weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Oder wir haben uns nichts vorzuwerfen. Hm. Ich bin gerade in der Kleinstellung am Essen. Hm. Hm. Das ist Wahnsinn. Ich esse mein Müffelchen hier noch. Hm. Hahaha. Geil. Melanie ist schwanger in dem Raum. Da sagt gar nicht keiner was. Jetzt gehen wir mal in die Forensik. Da sagt auch keiner was. Warum auch immer. Das ist so geil, oder? Wir wissen aus Verzweiflung nicht mehr, was zu tun sollen. Ich weiß aber, was ich aus Verzweiflung tun werde. Naja, ist ja egal. Wir würden uns nicht waschen. Jetzt erzähl ich das einfach mal, so wie es wirklich ist. Wir würden uns nicht waschen. In dieser Badewanne hat seit Jahrzehnten keiner mehr gebadet. Äh, in dieser Badewanne will auch gar keiner mehr baden. Wenn ihr wüsstet, ey. Ach so, ein Hammertyp war ich ja noch dabei. Ihr müsst euch mal das Badezimmer vom Hammertypen zeigen lassen. Dann, dann wisst ihr was geil ist. Ich wollte auf Toilette gehen. Ich hatte ja den Rechner da gemacht. Und irgendwann musste ich auch mal pinkeln. Wisst ihr, warum ich da nur ein Glas Cola getrunken habe? Ich bin Cola süchtig übrigens. Und da habe ich nur ein Glas Cola getrunken. Ein Glas. Weil ich mich nicht getraut habe, auf diese Toilette zu gehen. Das war einfach widerlich. Der kann aber mal, wie gesagt, der Hammertyp kann gerne mal die Kämmern machen. Und soll euch mal seine beschissene Toilette zeigen. Oder wir haben uns nichts vorzuwerfen. Oh. Ich wollte dem Mann ja helfen. Und, naja, dieses geräumige Badezimmer, oder was man dazu sagt. Äh, Plumpsklo, glaube ich, nannte man das früher. Ähm, mehr möchte ich da eigentlich nicht, äh, nicht zu sagen. Weil alle reden ja nur Mist. Nur ich nicht. Nein, ich sagte Wahrheit. Es ist einfach so. Und Wahrheit ist ein verdammt, wie war das nochmal, scharfes Schwert Nutella. Irgendwie so in der Art und Weise, ne. Weil die, weil ich den Leuten die Wahrheit vor Augen halte. Ich lasse mich von niemandem verarschen. Und wenn ihr euch alle und jedem in den Arsch kriegt, dann ist das euer Problem. So, ich brauche nicht zu lügen hier. Irgendwelche Geschichten zu erzählen. Das habe ich nicht nötig. Das wahre. Du bist eine Drecksfotze. Eine Drecksfotze. Oder wir haben uns nichts vorzuwerfen.